Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf DeoMinecraft. Einsendungen an DeoMinecraft heißt es auf diesem Formular und dieses Formular ist Schlüssel zu etwas Neuem, was auf meinem Kanal kommen wird. Und zwar, ich werde eure Welten reviewen. Das heißt, ihr könnt mir nun eure Minecraft-Welten einschicken, egal was ihr darin gebaut habt, egal was ihr dort vorstellt. Ob es Konzepte sind, ob es designte Sachen sind, ob es Redstone-Sachen sind, mhm, immer gerne her damit. Ihr könnt es hier einsenden in diesem Formular und mit ein bisschen Glück stelle ich eure Welt auf meinem Kanal als Review vor und gebe den Download-Link weiter. So habt ihr die Möglichkeit, vielleicht einfach mal die Welt von mir austesten zu lassen. Natürlich bevorzuge ich Redstone-Welten, das heißt irgendwas, was mit Redstone zu tun hat, aber immer her damit. Hier könnt ihr es machen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr schaut dieses Video hier gerade auf diesem Formular. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und ciao!